Und schauen wir uns mal um, wie es weitergeht. Cedric Wilmers wurde auf die Transferliste gesetzt, dieser absolute Hammerkeeper von Dortmund. Also anscheinend wollen sie ihn jetzt dann doch nicht. Ah, ist bei Duisburg ausgeliehen, okay. Kehrt dann wieder zu den Dortmundern zurück. Lukas Weiser auf der Transferliste von Dresden. Auch ganz, ganz starker Junge hier. 20 Jahre, richtig viel Wert. Okay, und Richard Gödel von Atletico Madrid auch auf der Transferliste. So, dann würde ich nämlich mal sagen, gucken wir uns doch mal so ein bisschen an, beziehungsweise kann ich jetzt schon wieder quatschen? Nee, natürlich noch nicht. Gucken wir uns doch mal so ein bisschen an, wo wir uns verbessern müssen, wo wir noch jemanden brauchen. Gehen wir am besten nicht in die Kaderplanung, doch, Kaderanalyse machen wir mal schnell. Achso, wir brauchen erst einen Code drin, ja, blöd, geht natürlich nicht. Nee, dann schauen wir erst mal so rein. Ähm, beste Position genau, da haben wir drei Keeper, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde ganz gerne Flecken oder auch einen Egger in die zweite Mannschaft stecken, ähm, dass er sich da entwickelt, einen eventuell ausleihen, mal gucken, Melka als Ersatzkeeper haben und mir dann noch einen, ähm, Topkeeper holen. Sprich, ein Torwart, ähm, ist auf jeden Fall bei mir ganz oben auf der Transferliste, da will ich einen holen. Nochmal einen guten Keeper. Seid natürlich auch wieder so ein bisschen eher, oh, was heißt aufgefordert, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich wieder in die Kommentare schreiben, alles, was ich jetzt berede, dass wir da so ein paar Spielervorschläge nochmal zusammenkriegen. Wie gesagt, wir haben im Blickfeld, müssten wir noch richtig viele haben, wenn wir mal ganz kurz reingucken, Transfermarkt, Blickfeld, ja, also da haben wir ganz, ganz viele Jungs, wenn ich immer runter und hochscrolle, da werde oder würde ich schon bestimmt fündig werden, zur Not auch auf dem Transfermarkt, aber wie gesagt, ne, ihr könnt wieder mitwirken, wenn ihr Lust habt und jemanden guten kennt, dann her damit, dann gucken wir uns den mal an und schauen mal, was daraus wird. Äh, hab ich dann auch noch einen Spieler, den ich schnell anschauen möchte, aber machen wir erstmal hier weiter. Äh, Matschi, Shevcik und Schwenke auf der Linksverteidigerposition, absolute Traumbesetzung, viel besser geht's nicht. Die zwei passen, denke ich, da, äh, ziemlich gut hin, müssen wir mal gucken, dass die sich auch so ein bisschen abwechseln mit dem Spielen. Ein Schwenke natürlich jetzt noch ein bisschen besser. Ist ja ganz klar, ähm, der ist auch ein bisschen mehr ausgebildet, denke ich mal schwer. Wo haben wir ihn denn hier? Ja, Shevcik, äh, taktische Ausbildung, das gibt's ja, glaub ich, gar nicht mehr. Das hatte ich schon mal, ne? Das hatte ich schon mal. Ne, aber, äh, das ist auch, da bin ich auf jeden Fall richtig zufrieden. In der Innenverteidigung haben wir mit Erb, Neumann, Bülow und Günther eigentlich auch, äh, richtig gute Leute stehen, wobei es natürlich auch nicht so ein richtiger, absoluter, gestandener Spieler mit dabei ist, ne? Das ist auch klar. Müssen wir auch mal gucken. Die Frage ist jetzt, inwieweit ein Erb ein gutes Angebot bekommt. Ähm, wie viel ist er denn wert? Denn da haben wir ja gerade noch gesehen, das für ihn geboten wurde. 380.000, also wenn die wieder knapp, äh, ich sag mal, so ans Doppelte gehen, so knapp an die Million, dann könnte man sogar überlegen, ihn loszuwerden. 24 Jahre, ich denke mal, er hat seine Entwicklung abgeschlossen. Wobei er natürlich, das muss man auch sagen, ein Spieler ist, den ich doch ganz gerne behalten möchte. Er hat viele gute Spiele für uns gemacht. Äh, ist da eigentlich so ein bisschen unser Fels in der Brandung. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn da nochmal ein gutes Angebot kommt, würde ich ihn sogar ziehen lassen. Aber wirklich nur bei einem richtig guten Angebot. Dann Neumann, wie gesagt, Bülow-Günther. Da haben wir eine gute Mischung mit Bülow, auch vor allem einen, der, ähm, zum, natürlich flexibles, auch im defensiven Mittelfeld ran kann, wo er gerade auch spielt, ne? Ganz klar. Der fleißig ist und der auch schon ein bisschen erfahrener ist mit 28 Jahren. Sprich, wenn man, man kann natürlich auch sagen, wenn wir mit Bülow im defensiven Mittelfeld planen, dann hätten wir nur drei Verteidiger, dann könnten wir uns sogar noch einen dazuholen, ne? Dann könnten wir uns echt noch einen dazuholen. Okay, Rechtsverteidigerposition mit Schwertfeger und Weber. Absolute, äh, Top-Klasse. Also auf den, auf den Außenverteidiger-Positionen sind wir genial. Einfach nur genial besetzt. Äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolute Weltklasse, das passt. Dann defensives Mittelfeld. So ein bisschen unser Sorgenkind. Demai, ähm, Brauer, Staffelt, Yalcin. Ähm, das sind unsere Leute. Und, und Bülow, und Bülow. Ähm, aber das ist nicht so, das ist nicht so prickelnd, ne? Ja, das ist überhaupt nicht prickelnd. Also Demai zu schlecht. 62, ähm, das ist, das ist wirklich schon fast zu schlecht. Den werden wir auch mal auf dem Transfermarkt kloppen. Äh, beziehungsweise eventuell auch in die zweite Mannschaft reinhauen. Äh, Brauer ist schon ein bisschen was anderes, wobei er sich irgendwie, er tritt so ein bisschen momentan auf der Stelle. So kommt's mir vor. Ja, er hat sich in den letzten, äh, Jahren nicht so, so richtig stark verbessert, ne? Wie ich's eigentlich vielleicht noch erwartet hätte. 24 Jahre jung. Müssen wir auch mal gucken. Dann Staffelt, natürlich das Pech mit seiner Verletzung gehabt, ist ja ganz klar. Aber auch er wird nicht mehr so, denke ich, zurückkommen mit 30. Wenn du mal so eine ewig lange Verletzung hast, ist immer schwierig. War natürlich auch wieder ein bisschen blöd, dass er sich da so verletzt hat. Äh, hier haben wir sechs Monate Sündemose. Bandriss, das ist absolut krank. Das ist, das ist echt bitter. Ähm, von daher auch mit ihm wird's schwierig zu planen, ne? Ich sag mal, wenn er fit gewesen oder geblieben wäre, hätte man durchaus da noch was draus machen können mit ihm. Aber so ist das natürlich wieder schwierig. Ja, und ein Robin Yalcine, ich mein, das hat noch nicht so viel Sinn, äh, da rein zu, da rein zu schnuppern mit ihm. Äh, so ein bisschen als Einwechselspieler. Da ist er nicht schlecht, man darf sich nicht täuschen lassen. Er ist 57, er kommt aber auf eine 59 mit einer etwas guten Form, sogar noch auf eine, über eine 60. Das passt. Hat hier selbst 4-3, das kriegen wir schon hoch bei ihm. Ähm, aber er natürlich keiner, der das Ganze da zusammenhalten kann, denke ich mal. Da ist er noch ein bisschen zu jung. Dann im linken Mittelfeld, Knoll und Püt, absolute Top-Besetzung mal wieder, gefällt mir richtig gut. Äh, rechtes Mittelfeld, Heller und Müller. Das ist auch noch so ein bisschen ein Problemchen. Äh, Heller und Müller, das, das ist auch noch nicht so das Wahre. Da hätten wir noch einen Boden. Ähm, haben wir bei ihm jetzt eigentlich, ich glaube, da haben wir was falsch gemacht. Trainingsziele. Denn bei ihm wollte ich ja noch rechter Mittelfeldspieler hier anlernen. Genau, hinzufügen auf eine 100. Okay. Dass er sich da noch ein bisschen besser, äh, macht. Ja, und vorne dann Leiperts, Ziele, Scheibel. Aber auch das noch nicht so der Hammer, ne? Noch nicht so prickelnd. Also, es wird sich in dieser Saisonphase, in dieser Saisonvorbereitung normalerweise richtig viel tun auf dem Transfermarkt. Und zwar richtig, richtig viel. Denn so momentan, wie die Aufstellung an sich ist, ist es nicht so prickelnd. Muss man einfach so sagen. Ähm, sprich. Also, für euch nochmal zum Notieren. Vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen Vorschlag. Ein guter Stürmer wäre nicht schlecht. Denn ich möchte vielleicht auch mit zwei Stürmern in der nächsten Saison auflaufen. Da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen, äh, wegen dem System, das wir dann nehmen. Bin ich auch noch offen für alles. Wenn wir mal schauen, ähm, auf jeden Fall mit zwei Stürmern spielen. Sprich, da brauchen wir noch einen, einen Stürmer. Eventuell noch, was heißt eventuell? Man könnte auch noch über einen offensiven Mittelfeldspieler nachdenken. Einen erfahrenen. Denn ich weiß nicht, ob es ein Meier so schafft, gleich in seiner ersten Saison hier bei uns, ähm, sich durchzusetzen. Und eine gute Leistung zu zeigen. Also, da haben wir eh nur einen. Gut Knoll können wir noch rüberziehen, ne? Der kann da auch, kann da auch gut spielen. Aber das ist die Frage. Eventuell den offensiven Mittelfeldspieler. Dann, äh, ähm, rechts. Bräuchte man noch was. Im defensiven Mittelfeld bräuchte man noch was. Im Tor und auf der Innenverteidigerposition. Ihr merkt eigentlich die komplette Mitte. Die komplette Mitte ist sanierungsbedürftig, sagen wir es mal so. Also, da herrscht überall Nachholbedarf. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier angehen. Ähm, bin ich echt, bin ich echt gespannt. Deffen in der Innenverteidigung, gut, da habe ich noch so mit am wenigsten Probleme, ne? Neumann 68, Erb 66, Günther 67, das passt. Aber defensives Mittelfeld, da brauchen wir einen, da brauchen wir auf jeden Fall einen. Das müssen wir groß angehen. Äh, und rechts und im Sturm. Das sind die absoluten Schwächen und natürlich im Tor mit Melkata, er ist auch schon ein bisschen zu alt. Das müssen wir hinkriegen. Also, wenn euch jemand einfällt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann werde ich mir das mal angucken. Äh, und bevor wir hier die Verträge anschauen und vielleicht den einen oder anderen noch auf die Transferliste stellen, möchte ich auch noch jemanden, ähm, angucken, der vorgeschlagen wurde. Sean Parker von Mainz, äh, 05, von Mainz 2 hier sogar. Aber da sehen wir noch nicht viel, den werden wir mal mit ins, ähm, da auf die Blickliste nehmen und auch scouten. Okay. So, dass wir da mal ein paar mehr Infos bekommen. Das passt. Okay, also eher bin ich mal gespannt, weiß nicht, wie gut er ist, wenn er jetzt bei Mainz 2 spielt. Wahrscheinlich nicht ganz so, wie ich es jetzt auch erwartet hätte. Aber okay, werden wir mal gucken. So, ähm, wir gehen rein. Und zwar, ein bisschen schauen nach der besten Position zunächst mal. Äh, wen wir loswerden wollen. Die Frage ist, mit wem planen wir, ähm, was jetzt da die zweite Mannschaft angeht. Ich würde mal fast sagen, mit einem Egger. Und einen, ähm, Flecken werden wir mal, ähm, auf die Transferliste stellen. Und zwar, oh, geht nicht. Zur Laie geht nicht. Melka. Und Eger. Ach ne, Scheibe will ich nicht. Egger würde zur Laie gehen. Dann setzen wir mal Egger zur Laie drauf. Okay, für... Ja, was ist er denn so wert? Warten wir mal 50.000 oder was? Na komm, geht ein bisschen schneller, Freund. Ähm, und dann schauen wir mal. Machen wir am besten gleich Spieler anbieten. Und gucken mal, ob da jemand ihn haben will. Okay, Änderungen übernehmen. Machen wir es eben andersrum. Dann verleihen wir eben Egger. Den hätten wir eigentlich gleich bei Aue. Wobei, Aue, da hätte er nicht gespielt. Nein, da hätte er echt nicht gespielt. Äh, Spieler anbieten. Dritte Liga, gucken wir mal. Keine interessierten Fall, äh, Vereine. Okay. Machen wir mal so. Äh, dann einen Flecken, wie gesagt. Den werden wir in die zweite Mannschaft packen dann. Letztendlich. Dass wir da, äh, ein bisschen weiterkommen. Dass wir da auch einen guten gestandenen Keeper haben. Schwertfeger, Weber natürlich bleiben. Chef, Schick, Schwinkel bleiben auch. So, Erb, ähm, Neumann. Erb werden wir mal anpassen. Und zwar 380.000. Dann werden wir hier mal 380 angehen und hier 600 übernehmen. So, ein Neumann. Wird nicht verkauft. Ein Bülow. Werden wir auch nochmal ein bisschen anpassen. Äh, muss einfach hoch. 350 und hier die 200.000. Okay. Korre Günther, absolut unverkäuflich. Wir gucken mal, was sind denn so die Forderungen. 1,3, ja, da können wir ruhig ein bisschen höher gehen. 1,5 und 1, ja, einfach das Höchste. Den will keiner oder den will schon einer, aber den wollen wir nicht loswerden. Ähm, das soweit hier. Dann, da sind wir im Mittelfeld angekommen. Ein Timo, äh, ein Eimendemai. Also Transferstatus ändern. Auf Transferliste zum Verkauf setzen. Gucken wir mal, ähm, machen wir hier mal, was machen wir denn? 35 und 25 vielleicht. Übernehmen und schauen mal, ob wir den noch loskriegen könnten. Spieler anbieten. Agentenbeauftragen, okay. Ein Timo Brauer werde ich auch jetzt einfach mal auf den Transferstatus hauen. Ne, auf die Transferliste hauen. 290.000, dann wollen wir hier schon 300 und, oder mal, 270 und 300.000, okay. Ähm, Staffel Jalcin, dann Heller Müller. Heller, ähm, probieren wir auch nochmal. Auch zu schlecht, ne? Ne, die richtig abgefallen alle hier so von der Leistung. Gehen wir mal die 37,35 an. Heller können wir eigentlich gleich anbieten. Wenn da jemand kommt, wäre ich auch ganz froh. Ähm, und ein Müller eigentlich auch. Bloß dann brauchen wir wirklich einen im Recht Mittelfeld. Gut, wollen wir so auch, ne? Aber dann müssen wir uns richtig umgucken. Ähm, 50.000 und 42,5. So, Müller. Spieler anbieten. Spielagenten beauftragen. Okay. Dann Knoll, Pütters, passt. Boden, passt. Meier, passt. Gleibheits, Thiele, Scheibel, passt. Da brauchen wir nicht groß was ändern. Dann müsste das soweit auf jeden Fall stimmen. Dann gehen wir nochmal schnell golfen. Ähm, Training, das passt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wann die Mitarbeiter endlich die Verträge unterschreiben. Und hier haben wir gleich was Martin Ecker. Der Dings hier, Duisburg machen wir auf jeden Fall schon mal nicht. Denn wie ihr ja alle wisst, ähm, ist bei Duisburg der gute Wilmes von Dortmund ausgeliehen. Den werden wir da nicht hingeben. Denn da wird er nicht spielen. Verhandlungen abbrechen. Sondern machen das dann mit einem der nächsten Vereine, die auf uns zukommen. Hier kommt Jos Kurit wegen Erb 390.000. Werden wir mal gucken. Ablöseverhandlungen gescheitert. Ja, wie gesagt, das macht wenig Sinn. Arkadius Millik, ähm, wurde auf die Transferliste gesetzt. Ein Stürmer. Ähm, dreieinhalb Sterne in Pole. Oh, ja, 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 ja. Kann aber kein Deutsch, ne? Mein Publikumsliebling, ehrgeizig, professionell. Strafraumstürmer. Ähm, und käme auf eine 69. Vier Spiele in der Nationalmannschaft gemacht, schon ein Türchen geschossen. Puh, wir probieren einfach mal, ob er überhaupt kommen würde. Ein gutes Gehalt könnte ihn überzeugen. Und schauen wir mal, wie viel wir bieten müssten. So, um die 2,5 Millionen in dem Dreh. Und Sporting Lissabon ist auch dabei. Ne, steigen wir mal aus. Ähm, macht wenig Sinn, glaube ich. Hornschuh auch auf der Transferliste, das können wir mal wegklicken. Und gehen nochmal ein Stückchen weiter, damit wir jetzt endlich mal sehen hier. Verteidiger dringend gesucht. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Martin Egger, so, Ingolstadt. Ingolstadt. Wen haben die denn im Tor? Ramacan, Ötchan, ähm, machen wir nach bester Position. Aaron Siegel, Benjamin Uphoff. Das sind alles keine schlechten, ne. Ich schätze fast, wir werden ihn nach Erfurt abgeben. Glaube ich, macht am meisten Sinn. Und werden wir, denke ich, auch so machen. Denn das, denke ich, ja, da wird er am ersten spielen. Das passt ganz gut. So, keine Einigung wegen Egger. Steht hier ganz klein im Kicker geschrieben, was ich ja immer noch geil finde. Ähm, Rafinha im Fokus. Andere Vereine verlieren die Prämie ihr Talent. Philipp Hofmann. Okay. 7,9 Millionen ist der Wert mit 21. Absoluter Hammer. So, und das sind wir. Erfurt, äh, gucken wir nochmal schnell rein. Aber da macht es, glaube ich, am meisten Sinn, ihn zu verleihen. Ähm, ja. Ja, ja. Haben sie jetzt zwei etwas ältere. Frederik Löwe wird vielleicht spielen. Ein Luca Lazzarini haben wir hier noch. Ähm, der ungefähr gleich ist wie unserer. Aber lassen wir ihn trotzdem mal nach Erfurt rüberwandern. Soll er ein paar, ähm, Minütchen in der dritten Liga sammeln. So ein bisschen reinschnuppern. Dann passt das. Vertrag passt. Kaufoption kriegt er keine, ne? Genau. Okay. Vertrag unterzeichnen. Bis zum, äh, bis 2015. Sprich, die ganze Saison. Jawohl. Äh, kann er gleich mal gehen. Kommt dann hoffentlich gestärkt in der nächsten Saison zurück. Freue ich mich schon mal drauf. Und jetzt könnten wir, glaube ich, auch mal reingehen. Äh, abbrechen hier. Und mal eben reingehen. Oh, ja, da haben wir ganz schön viele neue Nachrichten. Aber, was soll ich jetzt machen? Ach ja, dann die Jungs mal ein bisschen verschieben. Mal ein bisschen quatschen und sagen, Mensch, wie wär's denn, wenn du lieber da spielst? Oder da, oder da, oder da. Nehmen wir erstmal Günther noch mit. Scheibel nicht. Scheibel ist auch die Sache, ne? Wollen wir ihn auch erstmal in die zweite stecken? Ich glaube, fast schon. Vertrag, ähm, Trans... Nicht, Schmarrn, Schmarrn, Schmarrn. Aktion, geht noch nicht. Geht noch nicht. Wieso geht das noch nicht? Ist die Woche noch nicht rum? Müssen wir noch ein Stückchen weiter. Dann gehen wir erstmal schnell die Nachrichten an. Ablöser Verhandlungen gescheitert. Das passt, das passt, das passt. Das passt frei. Auf der Transferliste von den Young Boys Bären. Mann, das wär natürlich auch so ein absoluter Hammer. Nicht attraktiv genug, zumindest zum Laien, ne? Das wär ein Hammer. Mal gucken. Geht nicht. Spielertausch. Na, das wär's gewesen. Hätten wir mal dem Leipitz abgegeben und ihn bekommen. So, Fabrice auf der Transferliste. Interessiert uns nicht weiter. Egger ausgeliehen. Neue Mitarbeiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mitgliedsbeiträge 282.000, auch sehr schön. Milan an frei interessiert. Ja, ist klar. Das ist natürlich ein absoluter Hammer. Jean Parker auf Stufe 3. Bin ich auch mal gespannt. Medienarbeit zahlt sich aus. Reim und Zeil auf Transferliste gesetzt. Äh, Florin wurde auf die Transferliste ebenfalls gesetzt. Der Freund hier. Okay. Äh, kein Verein an DMA interessiert. Dann werden wir da nochmal ein bisschen was ändern. Bisschen runtergehen. So, und dann DMA Vertragsspieler anbieten. Schau mal, dritte Liga. Da muss doch irgendjemand kommen. Nicht interessiert. Zweite Liga. Rot-Weiß Erfurt. Nicht interessiert. Union Berlin. Nicht interessiert. Spielagent beauftragen. Mensch. Will ich aber loswerden. Heller genau dasselbe. Und bei Müller auch. Deswegen werden wir da nochmal ein bisschen runterdrehen. Ich meine, auf die paar Tausend kommt es dann auch nicht mehr an. Hauptsache wir sparen an Gehalt. Spieler anbieten. Dritte Liga. Kein interessierten Verein. Zweite Liga. Erfurt. Spielagent beauftragen. Okay. Und ein Müller. Vertrag. Transferstatus ändern. Auch da gehen wir runter auf 40.000 und 30.000. Versuchen wir auch, ihn nochmal loszuwerden. Aber ist klar, das sind alle Spieler, die jetzt nicht ganz so beliebt sind. Oder die momentan auch keiner mehr will. Gladbach wäre natürlich ein Hammer. Ne. Okay. Haben wir das. Gehen wir nochmal ein Stückchen weiter. Und dann werden wir noch eben die Mannschaft verschieben. Und dann werde ich auch erstmal eine Pause machen. Jetzt haben wir hier. Martin Egger wird ausgeliehen. In Richtung Erfurt. Das passt auch soweit ganz gut. So. Dann haben wir hier nochmal die Transfers. Arturo Vidal von Barca beobachtet. Cedro Willems von Manchester United und Liverpool hat auch Interesse an ihm. Also da geht es auch ab. Berisha von Salzburg zu Stoke City. Neustädter von Schalke nach Gladbach wieder zurück. Auch nicht schlecht. Mal gucken, ob wir noch jemanden haben. Hier Busufa von Anji Matschkala oder so. Wie die auch immer ausgesprochen werden. Zu Borussia Mönchengladbach. Sakai von Stuttgart zu Rom. Also viele Deutsche. Hier laut zu Schalke. Laut zu Schalke. Wahnsinn. Russ zu Frankfurt. Steinhofer zu Berlin. Hofmann. Hier haben wir es. André Hofmann wechselt zur Hertha. Der Mann, den wir vorhin mal kurz so ein bisschen angesprochen haben. Also er ist schon mal weg. Okay. Sonst erstmal nichts weiter Interessantes. Ich glaube, ich gehe mal ein Stückchen weiter. Beziehungsweise werden jetzt mal hier... Oh, Trainingslager steht an. Dann werden wir mal das Trainingslager schnell alles planen. Taktik. Müssen wir noch ein bisschen hoch. Spielaufbau. Abwehr. Wobei, ne. Das lassen wir mal. Machen wir so. Der Rest macht dann wieder der gute Assistent. Okay. Fitness nochmal ein bisschen hoch. Und individuelle Fähigkeiten können wir eigentlich hochgehen. Auf eine Acht. Ja, das passt. Okay. Machen wir es so. Fahren ab nach Nizza. Ab nach Frankreich. Und brechen jetzt erstmal hier ab. Beziehungsweise machen wir eine kleine Pause. Nachdem wir das Sponsorenangebot angeguckt haben. Und zwar... Was kriegen wir denn hier so? Oh, da kriegen wir nicht viel. Gut, die sind noch aus der letzten Saison. Drei Jahre ist mir aber auch hier wieder zu lang. Geh nicht runter. Dann Summe erhöhen. Und das schreiben wir mal für zwei Jahre. Komm, das passt. Und hier Passiel 53.000. 42.000 für zwei Jahre. Sehr schön. Da können wir bestimmt nochmal senken. Ne, können wir nicht Summe erhöhen. Können wir auch nicht. Dann schreiben wir auch hier. Okay. Einen Premiumsponsor brauchen wir noch, ne. Da muss noch einer kommen. Genauso ein paar Freibandplätze haben wir auch noch. Bin ich mal gespannt. Da machen wir mal Meet & Greet mit... Wem machen wir denn mit Marvin Knoll? Okay. So, eine Nachricht. Die gucken wir noch schnell an. Moises Gomez auf Transfell ist der Gesetz. Trainingslager beginnt heute hier mit dem schönen Bild aus Frankreich. Wie gewohnt. Okay. Erste Mannschaft. Dann gehen wir rein. Jetzt müsste ich aber... Wir fangen mal hier an. Müsste ich ein paar... Kann ich immer noch kein Spielergespräch führen? Das gibt es doch nicht. Mit irgendjemand anders aber. Ja, mit ihm hier zum Beispiel schon. Mit Flecken. Hm, komisch. Komisch, komisch. Okay. Schauen wir mal. Boden. Ne, das geht nicht. Ne, das geht nicht. Okay. Dann würde ich fast sagen, mache ich an der Stelle erstmal eine kleine Pause. Guckt mir so ein bisschen eure Kommentare an. Eure Spielervorschläge. Sprich, was die Torwartposition angeht. Die Innenverteidigerposition. Die defensive Mittelfeldspielerposition. Rechtes Mittelfeldoffensiv und Sturm. Also eigentlich fast alles. Bis auf die Außenbahnen, so gut wie. Was ihr da so schön geschrieben habt, werden wir das Ganze mal reinziehen. Und dann, wie gesagt, mit diesen Vorschlägen letztendlich dann demnächst wieder weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und dann freuen wir uns auch so langsam. Also, naja, jetzt haben wir erst das Trainingslager, aber bald kommt das Spiel gegen die Bayern. Freundschaftsspiel zu Hause. Ausverkaufte Hütte. Da geht's ab. Also, bis dahin. Euer Badischlappen. Servus.